Nach 151 Tickets und wir gewinnen das Babychen hier. Heimsieg für die Terroristen, Freunde. Die Rufe haben sie immer noch nicht lauter gemacht. Ich fahr mal wieder ein bisschen Tank. Tank-Mank-Po-Pank-Schnank. Achtung, ein feindlicher Panzer. Ey, was macht der denn hier? Warum rutscht denn der so? Das Ding liegt mindestens 12 und 70 Tonnen und rutscht drum wie nix. Gustav, sein Sohn. Gustav, sein Sohn, der ist hier gerade vor mir hergelaufen. Ach, guck mal, was da angefahren kommt. Warum bin ich da angefahren? Ich sehe es leider nicht. Ein Jeep. Alter, warum stirbt denn der nicht? Könnte beim Hotel Hilfe gebrauchen. Ich treffe nicht. Ja, da ziele ich gerade auf den... Oh, Schahntag Hilfe. Ja, ja, ich bin am Start. Wenn der A.P.C. immer Platz machen würde. Das gibt's doch nicht. Wow, von hinten. Miss. Kann ich bei dir spawnen oder ist der bei dir schon voll? Ne, du kannst spawnen. Ne, ist voll. Doch nicht. Schmeiß mal den raus. Gustav's so schon Level 3. Mensch, Mensch, Mensch. Der strengt sich richtig an bei dem Spiel. So, ich bräuchte Repairs. Ich warte erstmal, bis ich hier regenerated bin. Das war ein Trick, ne? Was war ein Trick? Ich bin einfach ausgestiegen. Eingestiegen, als sie ausgestiegen ist. Das war ein Trick. Wow. Ja, ich werde beschossen. Von wo? Von wo? Aus dem Haus raus. Da ist einer in der Nähe von uns. Er kriegt's nur nicht gebacken. Ich geh schon mal reparieren. Ration Station. Komm, scheiß Rauch, lad nach. Scheiße, Rauch. Oh, knapp. Daneben. Wieder auch gesnippert. Mhm. Ich glaube, der besiegt mich hier auch an. Junge, du kannst mich so viel anvisieren, wie ich will. Mein IR-Rauch lädt nach. Ne, von da hinten kommt das. Da hinten noch. Ja, ja, mach dir mal. Denk ihn ab. Okay, IR-Rauch ist wieder da. Ja, aber... Leg mal da oben das Haus flach. So drauf und spiel. Ich blieb gerne Häuser flach. Da ist der Schadenanzeige. Im unteren Bereich des Hauses. Da läuft er. Ne, da geht er aber auch gar nicht. Ah, da. Die sehen das natürlich schlecht. Ich hab... Vergiss immer, dass ich keine MG ausgerüstet hab. Komm, wir fahren nochmal hoch. Wir fahren jetzt mal oben rum. Na, wo sind wir denn hier? Rechts neben uns. Dank deinem Umfeld-Scan. Ach, da. Ich hab keinen Umfeld-Scan gerüstet. Ich weiß auch nicht, weil er das kommt. Ich hab ihn gekriegt. Ja, ich glaube, ich hab ihn gekriegt. Doch, du musst Umwelt-Umwelt-Scannen. Weiter, dann nimmst du mich. Ach, hier ist einer. Oh. Bei Dingensinze, bei B. Ach, da ist ein Tank. Der visiert das Feuer hier an, der blöde... Scheiß-Witzersucher-Dings. Hi. Ich komme jetzt zur Unterstützung. Hast du jetzt schon tot gemacht? Nee. Wo steht der? Hier, direkt neben mir. So. Jetzt brauche ich mich erst. Ich kann mich schießen. Wieso kann ich denn nicht schießen? Ach, ich hab ne I. Ach, nichts hat man mehr drauf hier. Nee, wirklich, es geht gar nichts, klar. Oh, fuck. Ich werde hier beschossen. Ich weiß noch nicht von wo, da. Hab ihn. Wieso? Ach, der hängt an hier so'n komischen Beton-Kack. Hätte Beton-Kerky. Beton-Kerky, aber ich kann es nicht einnehmen. Bist du am einnehmen, oder? Ach, der Dicks gehört uns auch schon links. Da hat einer eine, ähm, Dings geworfen. Eine Rakete. Mit Granatte. 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 Ja, die sind hier rechts auch im Haus. Siehst du die auf der Map nicht? Ich hab nie auf die Map geguckt. Ich hab's nur noch nicht drauf. Hier schießt was. Da schießt was. Da ist er. Ich geh mal zu Fuß weiter. Ja, ich hau auch mal ab. Ist ein bisschen eng hier alles. Ich komm gar nicht mehr klar hier. Das ist mir alles noch ein bisschen zu hektisch. Ich hab, bin auf Minecraft-Style. Also geht's hier hoch. Okay, ich kann hier... Oder hab ich umfelds können einnehmen. Mit 53 Punkte komm schon, das schaffen wir. Jetzt das ganze Team nochmal beieinander stehen. Stand, gaza. Ja, ich versuche erst mal einzunehmen hier. Ich glaub, die sind oben auf dem Dach. So. Zack. Zack. Wo kommt ein Tank? Ach, da hinten. Okay, warte. Dann werden wir mal schön ein bisschen... Oh, da kommt auch noch ein APC. Der ist da hinten. Scheiße. Nee, der hat mich gekriegt. Nee, nee. Der hat, ähm... Da hab ich keine Chance. Der hat Reaktiv-Banzer drin. Oh, ja, genau. Da kommt er auch noch von hinten. Ich reparier den einfach kaputt. Nein, könnte er wohl nicht, Jungs. Ah, der hat mich überfahren. Aber wir haben eh gleich gewonnen, oder? Wir haben eh gleich gewonnen, oder? Ja, machen wir Map-Change. Guck mal eine an. Die haben sich da hinten die Fertnerhäuser und sowas geschaut. Ja, verrückte Jungs, ne? Das dürfen die gar nicht. Der hat ihm gar keiner erlaubt. Das klang jetzt ein bisschen schwul. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß schon, wer sich da wieder melden wird. Echt? Auch nicht. Jetzt haben die beide APCs. Oh mein Gott, wir nehmen einfach G ein. Den G-Punkt, den kennen wir ja eh. Jetzt ist genug hier. Es gibt ja eh keine schwulen Soldaten. Es gibt keine schwulen Soldaten, richtig. Nur schwule Soldatinnen. Die stehen nämlich auf Männer. Jetzt haben die da einen Tank, ey. Kommt mich doch alle an. Eins, zwei, drei. Yes, das finde ich schön. Das finde ich beautiful. Schön abgelenkt. Äh, scheiße, da kommt einer. Scheiße, da kommt einer. Mist. Zum Glück haben wir also eine Schnittsoftware am Start. Schön. Gut, gehen wir zu Fuß oder sterben wir einfach, weil ich hier runterspringe? Und, ähm, ich wollte eigentlich Creative Mode kurz anmachen. Bin ein bisschen verletzt. Bist du dabei? Ja, Creative Mode. Wir können einfach auf die Met fliegen. Da kommt einer. Doppel-Leertaste. Ja, ich weiß, ich kann eh nicht treffen, weil mein G36 nicht so weit zielend kann. Oh, jetzt zeig dich doch. Oh, altes Moped. Da oben. Aber ich treffe war es aber nicht viel. Durch Niederhaltung wenigstens. Da kommt Tank. Scheiße. Hat mich natürlich direkt erwischt. Er wusste auch schon, wo ich bin. Nee, ist klar. Nein, Pete schiebt heute nicht. Der gute Beat. Pete hat heute eine gute, relativ gute Bilanz, was die Verluste angeht. Ungewöhnlich gut für seine Verhältnisse. Ja, doch, das ist nicht schlecht. Wenn mir jetzt mal so ein Trick gelingen würde, mit in die Luft sprengen, das wäre himmlisch. Am besten noch, wenn so zwei Leute da drin sitzen, dann macht richtig Fang. Das ist aber mal am schönsten, Woll. Oh, der haut ab. Das ist aber nicht erlaubt hier. Komm raus, da. Ich bin nicht dein Vater. Mensch, ich habe eine Aufnahme versaut. Komm, leck mich doch, der hat. Schön, der ist markiert. Das finde ich gut. Ich habe nur da kein Ding. Ja, lad doch nach. Mein Gott, Idiot. Lad doch einfach nach. Ach, guck mal hinter uns. Hier hat er mich jetzt gekriegt. Hinter uns war ein Tank. Ein APC. Ich war schon gewundert, wer da so schaden gemacht hat. Ich nehme mal doch wieder die... Geh es hier mit. Wo ist der APC? Der hat aber auch scheiß nochmal seine Kack-Kacke dabei. Kack-Kacke. Wo fährt der rum? Da. Immer schön von oben treffen, wenn die Reaktivpanzerung haben wollen. Da sind sie nämlich nicht gepanzert. Aber wie konnte der sich den schnappen? Ach, sie haben das Lagerhaus. Ja, das ist ja natürlich... Also, das ist natürlich sehr schön. In meinem Einsatzgebiet ist ein feindlicher Panzer. Oh, weil ich habe eine Runde vorbei ist, dann geht man wieder in die Kobra, in die Luft und Landung in eins. Oder in den Havoc. Hauptsache ins Moped. Landung in eins. Wer das kennt, der hat die Server, der Server-Let-Show gesehen. Hey, da oben liegt einer drin. Ich bin tot gemacht. Ist der blöd? Der hätte uns voll töten können. G36 Service da. Oh, ich habe ihn tot gemacht, ja. Ach, da kommt ein Tank. Achtung. Ach, nee, der fährt zum Perförtnerhaus. Oh, hier ist noch einer. Das ging zu... Das ging zu langsam. Ich glaube, hier ist noch einer. Obwohl, nee, dann wäre es gerade gar nicht. Die kommen sowieso erst, glaube ich, auch. Wieso haben die eigentlich noch 15 Punkte, hm? Da kommt schon einer. Scheiße. Wo ist er hin? Scheiße. Der hat mich ge... Immer mit dieser AS-Wandel. Das ist so eine... Kack-Piss-Scheiß-Waffe. Die so scheiße-Kack-Piss-Gut ist. Ja. Hast du ihn gekriegt? Jetzt kommt hier aber ein Fahrzeug. Oh, nee, das ist eins von uns. Ich spawn bei dir. What? Spawn Reborn. Wo sind wir denn hier? Achso. Wo sind wir denn hier bitte drin? Schöner Raum hier. War ich gebaut. Ja. Mit WorldEdit. Oh. Das war ein random. Aber es ist eine Rennfahrt. Das ist eine ganze Armee ist da drin. Ich laufe von hinten. Ich versuche es jedenfalls. Ich glaube, ich sterbe. Oh, nein. Tank. Oh. Lass mich in Ruhe. Lass... Bobby, habe ich das denn überlebt? Fuck. Ich dachte, ich überlebe es. Da sind zwei Tanks. Wir gehen ja nochmal. Wir machen die alle kaputt. Wir machen die alle kaputt. Ich spawne direkt im Lagerhaus. Drei, zwei, eins. Und ich bin... Einen habe ich gekriegt. Da bin ich. Ich habe eine Granate geworfen. Achtung. Scheiße, ich war irritiert. Scheiße, ich war irritiert. Sie waren auf beiden. Einer von uns. Ich weiß nicht, wieso ihr den nicht getötet habt. Einer von uns steht da in der Ecke. Nein, das macht nicht du. Ich stehe in der Ecke. Ich war ein Squad. Aber wir haben gleich gewonnen. Komm, bitte. Lass mich das überleben. Wir sind zwei Tanks vor der Tür. Ah, hier. Achtung, da sind zwei Tanks. Ich habe den Tank. Ist der tot? Ja. Komm. Wo? Ah, ich dachte gerade, da wäre nur ein Tank. Ne, Moment, das müssen wir eben noch im Chipmunk durchlaufen lassen. Hier. Ich will mal gucken, wie weit ich nämlich beim guten alten Kampfpanzer bin. Ach, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Gleich, äh, Quatsch 43. Gefällt mir. So, mal pullern. So. Was kommt denn als nächstes da beim Kampfpanzer überspringen? Fahrzeuge. Ach, die Tornister-Munition. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ein bisschen fliegen. Bis dahin. Bis dahin.